Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Serkis Phase of the War. Ich habe zwei Level gemacht, habe ein Magic Feind betrieben und habe leider nichts Anständiges gefunden. Ich habe hier aber zwei neue Slots gemacht, mit diesen Orbs hier, jewelleres Orb und habe die Rüstung rüber geholt, wo ich da gesagt habe, und habe hier nochmals ein bisschen ausgewürfelt, aber leider nichts Anständiges rausgekommen. Ich brauche neue Linked Orbs und die müssen wir finden unbedingt. Dann habe ich einen Walspark gefunden, ich weiß jetzt nicht genau wo der ist, ein Glacier mit Arcade, äh Cascade und ja, sonst eigentlich nicht genug. Ah ja, hier haben wir eine Klaue, die viel schwächer ist und Boots mit ein bisschen MF und Movement Speed. Sonst nichts. Schade. Ich habe ein paar PD und Runs gemacht, da haben die Level und ich habe dieses Teil geholt am Marktplatz, das war einfach eine Kiste und jetzt habe ich es da und jetzt muss ich zu ihm zurückgehen, der Geist, der da am Schiff gekettet ist. und ich hoffe es lag jetzt nicht beim Gebiet, wo wir durchschreiten müssen, sonst muss ich das kurz schneiden. Ah, grüß dich. E an Mann, oder er an Mann, so. Ähm, hier ist der Geist und der löst sich jetzt in Luft auf. Blum. Noch nicht. Jetzt aber. Oh, der Arme, also der erste Erzähler ist, der ist eigentlich nicht arm, der ist froh drüber. Ähm, elf inklusive Fire Damage. Hm. Ja, bringt's nicht auf einem Dex-Stör-Item. Ähm, also dann gehen wir mal hier hin in die imperialen Gärten und ähm, ja, durchstreiten es. Ich hoffe es ist nicht allzu lang. Ja, es liegt nicht hier. Also, es war nur ein kurzweiliges Problem. Ein Neustart des PCs hat das eigentlich gelöst. Da hat Freps irgendwie Probleme gehabt. Die RAM und so ist richtig zu benutzen. Und jetzt den CPU natürlich. Abgefressen wie die Sau. Okay, haben wir Libri. Ähm, vielleicht nach unten. Oder nach rechts. Nein, nach rechts wahrscheinlich. Wir laufen hier durch. Nur dieses nervige Gesocks weg. So. Wir haben sehr viele Resistenzen. Ein Wolf-Helm. Ach, ihr nervt, wisst ihr das? Ja, dafür machen wir jetzt ein bisschen mehr Schaden mit Reef. Weil ein Level Up ist. Und jetzt müssen wir hier noch rings um. Und hier ist auch schon der Eingang ins Zepter of Goats. So. Das wird heftig. Aber wir haben viel Live-On-Hit. Wir müssen es eigentlich schaffen. Was die Gegner hier machen, unverwundbar. Von außerhalb dieses Kreises sind sie unverwundbar. Wir müssen reingehen und sie dann töten. Das können nur diese Schamanen. Kleine nicht. Aber die haben zum Beispiel Fallen. Wie zum Beispiel hier. Das war eine Falle. Ja, die können hier den Wraff. Wie der heisst. Ah, Arctic Breath. Dann ist der andere der Waff. Oder ist das eine Aura? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ok, Arctic Breath heisst's. Und der haltet sehr viel aus. Na grüße. Hamlady. Oh, sie ist umgefallen. So eine Sexpuppe. Ok. Eins nach oben. Irgendwo auf einer dieser Ebenen. Ich glaube die dritte ist es. Ist ein sehr starker Boss. Der richtig viele Fallen setzt. Und dadurch auch mich töten könnte. Eventuell. Ich denke schon. Ich habe sehr wenig Blitzresistenz. Den müssen wir ausweichen. Also wenn wir einen mal haben. Müssen wir ihn ausweichen. Was habe ich denn für Blitzresistenz? Wahrscheinlich sehr wenig. 75? Ok, dann ist klar. Seit wann habe ich 75 von was? Ähm. Crescent Strider. Äh. Change. Aha. Super. Aber ich habe keine blauen Sockel in der Gerüstung. Ähm. Ich wollte schauen, wovor ich die Resistenzen habe. Hier habe ich 15%. Das ist klar. Hier habe ich Feuer Resistenz. Hier habe ich Ding. Hier habe ich Lightning Resistenz. Hier habe ich noch ein bisschen Resistenz. Also habe ich hier. Ich brauche doch hier eigentlich MF. MF. Dann mache ich hier kurz ein Amulett rein, das MF gibt. Weil ich hier schon ein bisschen Items finde. Wegen dem bisschen Damage ähm. Mache das nicht viel aus. Und zwar. Hier noch ein bisschen Ding ähm. Der hat zwar ein bisschen mehr MF, aber dafür keine Boni. Oder das hier. Nö. Nö. Dieses Amulett. Nö. Ähm. Das wäre auch gut. Aber so wenig. Zu wenig Ding ähm. Pony die gut sind. Ähm. Ja. Das ist schon gut. Das Amulett. Das können wir gleich mal verkaufen. Der hat schöne Stiefel an. Pinke Stiefel. Grässlich. Jetzt ist er weg. Okay. 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 Ah. Das Amulett habe ich vergessen zu verkaufen. So. Also. Ähm. Wupp. Wieder reingehen. Tee Mensch. Tee dich durch. Ah, hier ist der Boss. Der ist schon auf Ebene 2. Okay. Komm. Wo bist du jetzt? Da ist der. Seht ihr wie viel Ding der auslässt. Wie viel fallen. Das ist extrem gefährlich. Also mit wenig Ding habe ich dann viele Probleme gehabt. Das Auto wieder ab und tut wahrscheinlich jetzt wieder fallen. Ja. So wenig wie möglich auslösen. So. Und er ist tot. Gut. Das ist der heftigste Gegner eigentlich im Spiel. Da ist Dominos eine. Kein Problem dazu. Also. Mit Resistenzen wie ich jetzt gehabt habe. Ist der Boss kein Problem. Aber. Weil er so viel sprüht. Und. Ist der eigentlich der. Der. Meist. Äh. Schadensmachens. Der Gegner im Spiel. Also. Vielleicht jetzt im neuen. Wahl. Zeugsatz. Vielleicht besser. Also. Stärkere Gegner. Aber. Vor allem. Auf Mercedes ist der wahnsinnig stark. Auf normal ist er natürlich noch nicht so stark. Ja. Ja. Vielleicht hier unten. Ja. Jetzt sollte eigentlich das Ding kommen. Der Waypoint. Aber wo. Hier. Komm schon zu mir bitte. vor allem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo ist der? Ich denke, er ist hier unten rechts. Ja, okay, jetzt wahrscheinlich hier links die Treppe. Ja, okay, dann sind wir gleich bei Dominus, der Endboss. Dann kommen noch zwei oder drei Ebenen und dann sind wir bei Dominus. Zählen wir mal, also das ist eine Ebene nach dem Wegpunkt. Und die sind kleiner natürlich als die unten. Das ist ja ein Turm, der sicherlich auch ein bisschen wie ein Zept aussieht. Oh, hier haben wir Weightbearer. Die sind auch relativ selten anzutreffen, aber natürlich ihre Art verwandten mit anderer Farbe einfach sind öfters anzutreffen. In anderen Gebieten. Der Meatflay. Und tot, down is er, und down is er. Vielleicht ein bisschen weniger casten und fallen legen. Wäre auch ein bisschen besser. Ich werde sowieso nicht allzu viel Schaden bekommen. Könnt ihr aufhören zu spammen. Gut. Also die zweite Ebene. Ja, ich sag drei. Bis zur Dominus. Also schon diese Ebene. Also jetzt kommt noch ein Eingang und dann ist wahrscheinlich Schluss und so. Drei von diesen Evangelisten, Schamanen. Gutschein, Gutschein. Okay. Ist doch schon hier. Da gab es nur zwei Ebenen. Weil hier war die Skyein. Ja, toll. Sehr toll. Der hat mehr Leben, als ich ihm Schaden zufügen kann, oder was? Doch, komm. Also Live Regen. Der hat zweimal Live Regen. Aha, deshalb. Und noch so viel Leben. Gott, oh Gott, war der schwer. Also war der zäh durch die Lebensregnation. Und der guten physischen Resistenz. Ja, es ist hier. Direkt hier. Ich mach immer das Portal hier unten. Weil hier könnte ein bisschen Ding sein. Blut dann. Das macht recht viel Blutungsschaden. Jetzt muss ich ja ein bisschen abhauen, damit nicht alle kommen. Das ist die schlimmste mit dem Strahlen da. Okay, die waren schon mal leicht. Und jetzt kommen noch ein paar. Die da mit den Strahlen, die Totem strahlen da. Ich muss auf sie konzentrieren, weil sie bekommt der Energieschild wieder. So, und jetzt kommt noch eine starke. Nämlich die mit dem Ding da. Aber die ist nicht so schlimm. Aber vergiftet. Ach, Romatik Orb. Sehr schön. Und die macht auch viel Schaden, aber die ist relativ schnell down. Einfach nur anziehen, dann macht sie nicht so viel Schaden, weil sie nicht so konzentriert angreifen kann. Habt ihr das richtige Gesicht der Gott gesehen? Ja, der macht gar kein Schadenlicht. Ah, hallo grüßt die. Du hast viel Leben. Okay, ich sollte vielleicht hier raus, kann aber nicht, weil die Dingbox zu gross ist, die Schadensbox vom Gegner. So viel, so ein grossen Ding. Ah, das ist Hands of God. Das ist ein sehr starker Angriff gewesen. Da habt ihr meine Kugelhäuser vielleicht gesehen. Aber sie war sehr schnell wieder voll. Jetzt, die. Aber die hat jetzt glaube ich keinen Schaden gemacht irgendwie. Also, jetzt muss ich da wieder ein bisschen ausweichen. Oh, kannst du Schaden machen. Diese Welt ist eine Illusion, Exile. Exilert. Grüß Gott. Stinketier. Hallo. Ich get dieser Kopf. Hab ich Anti-Blut-Potion? Gottchen, mach ich viel. Äh, hab ich gute Regnarration. Das war mal gar nichts. Jetzt hast du noch die Hälfte des Lebens. Na? Ist das leicht mit diesem Charakter? Mit den anderen bin ich zwei, dreimal gestorben. Pro Kampf. Und wir sind in Cruel, yeah. Dankeschön, dass du stirbst. Blöde Dominius. Haha. Er ist down, er ist down. Gut. Äh, nie mehr Pocket. Geh mal raus. Spell Damage Swift. Also, jetzt fängt das Spiel wieder von vorne an, aber mit dem hochgelevelten Charakter auf einer höhen Schwierigkeitsstufe sozusagen. Und jetzt mach ich mal ein bisschen, ach, ich glaube das Lied ist geschützt, da werde ich es nicht da. Ähm, ihr könnt, ähm, bei YouTube Path of Exile Soundtrack oder so eingeben, dann kommt das Lied. Oder Endgame Song oder so etwas. Weil ich darf das, ja, es wird sowieso übersprungen. Ich hab nichts geklickt. Okay, dann ist gut. Ähm, ja, weil es geschützt ist, denke ich mal. Ja, und jetzt sind wir wieder am Anfang, wo wir die erste Runde bekommen haben. Diesmal auf Cruel, Cruel Difficulty. Jetzt hat's hier schon Bosse. Und vielleicht auch ein Exil. Der mich angreift. Ich glaube, das ist so einer mit Frosthammer, der hier ist irgendwo. Ist aber nicht jedes Mal da. Der heißt Unwafering. Das weiß ich leider noch nicht so genau, wie das, was das bedeutet. Aber irgendwas mit keinem Stun oder so. Der hat extra Life, okay. Oh, ist das gemütlich hier. Die Gegner sind natürlich nicht so stark wie in Akt 3. Damit man sich wieder ein bisschen einstimmen kann. Und die Gegner haben natürlich auch nicht so extrem starke Attacken. Blessing of Elements wahrscheinlich ist, macht er Elementar Damage oder hat Resistenzen. Okay, der Exil scheint nicht zu hier zu sein. Also er ist irgendwo im Wasser gewesen. Okay, macht nichts. Vor dem Handy habe ich überhaupt keine Angst mehr. Ich würde ihn jetzt mal unkonstell töten. Ah, das verbraucht zu viel Mana. Und ich darf ihn nicht immer. Okay. Weich gekloppt. So, jetzt können wir auch wieder passive Skillpunkte bekommen. Die erste ist ja in dieser Höhle. Versunkenen Tiefen. Ich glaube zuerst mal alle Quests hier, also die anderen Quests auch machen, die Nebenquests. Und hier bekommen wir Disziplin, Energie, Schild, Bessels, Zyklon. Das ist der Webelwindangriff des Babaners Diablo 2 zum Beispiel und Diablo 3. Wir nehmen Searing Bond, weil ich den vielleicht mal einsetzen werde. Und jetzt verkaufen wir mal den Schrott. Das ist alles Schrott. Richtig schade. Ich habe mir schon etwas Besseres gewünscht. Den hier rein. So. Und dann an die Küsten. Da wir jetzt weniger Resistenzen haben, also Resistenzabzug haben, haben wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr 75%. Ja, jetzt haben wir nur noch 68%. Aber das macht nichts. Wir sind immer noch gut dran. Ich glaube, 20% weniger haben wir. Okay, die hat Elementarresistenz gehabt. Oh, die bekommen jetzt heftig auf die Mütze. Und hier ist ein Wahlgebiet. Mit... Monster Damage. Oh. Ich hoffe, das schaffen wir. Der Boss wird schwer. Aber ich glaube, es ist nicht so ein schwerer Boss im Allgemeinen. Ah, es ist das Auge. Da müssen wir einfach ausweichen, wenn Blitz schießt. Die große, starke Attacke. Aber wir haben ja genug eigentlich Blitzresistenz. Mal schauen. Ah, hier ist ein Exil. Mit dem... ähm... Spectral Trow. Das ist das für eine Attacke. Die ist ja mega. Und wir haben ein Spirit Shield. Oh, sehr gut hast du getroppt. Sehr, sehr gut. Also Spirit Shield mal identifizieren. Minion. Was für Minion? Spreed Star. Was ist Tar? Wenn ich eine kritische Strike bekomme, Spreed ist Tar. Hm. Das ist mal ein geiles Teil. Aber werden wir einen Summoner machen. Aber erst später dann. Bis dann. Das ist anders. Hallo, komm schon. Der frisst irgendwie Mana oder so. Oder einfach weil ich so viel eingesetzt habe. Ich denke, er frisst schon ein bisschen Mana. Ja, der macht schon heftige Damage. Nicht so viel einsetzen, bitte. Wir können leider nicht direkt ausweichen, weil ich drei Schläge auf einmal habe. Sozusagen ein Eifer von Diablo 2. Okay, das sagt Face of Down. Da habe ich, glaube ich, nur eins. Okay, wir tun mal das Teil rein hier. In die Kiste. Wo haben wir noch Platz? Wir haben überall keinen Platz mehr. Die Schuhe sind schlecht. Ähm, da ist es. Gut. Verkaufen wir den Schrott. Also Schrott, 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 Schrott. Also fünf Sockel-Ding sind aber, die sind nicht verlinkt. Und die Rüstung ist auch nicht so gut. Verkaufen. Ich möchte mal etwas schauen, wenn man zwei so verkauft. Ist das die Rätsellösung? Ne. Ah, wir müssen sie in den Äthernel. Steht ja drauf. Okay. Laboratorium. Da können wir eigentlich die wieder in die Kiste legen, weil ich die eigentlich nie nutze. So. Die braucht man nur zum Tauschen von Items eigentlich. So. Destroy. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.